Heute bin ich mal mit meinen Schülern hier im Deutschen Museum in München. Ist nett und sie sind interessiert. Musik 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 Also ich schaue mir jetzt das Bergwerk an. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Da geht es schon einmal runter. Tief in den Berg hinunter. Jetzt kommt mein Teil. Ich schlaue den Bergwerk aus. Ich schlaue den Bergwerk an. Hier habe ich mich sehr gerneasis. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.